Hallo und herzlich willkommen zum Traders Club Shard Check. Wir blicken auf die großen Indizes DAX, S&P 500, Dow Jones und Nasdaq im schwierigen Börsenmonat Oktober. Wo sind die nächsten Unterstützungen? Droht das Bild einzutrüben oder ist das alles komplett im bullischen Muster? Wir blicken heute auf die Schartechnik. Heute Morgen im Market Briefing hatten wir allgemein den Oktober schon mal besprochen. Als schwieriger Monat, Volatilitätsmonat, wir haben die Politik, wir haben die Geopolitik, wir haben die Geldpolitik, alles Unsicherheitsfaktoren, natürlich Israel, Iran noch im Fokus, die Earnings Seasons, die ansteht, also die Quartalsberichtssaison. Haben auch dort alles etwas besprochen. Schaut euch dieses Video sehr gerne an, blende ich euch nochmal ein. Aber hier geht es jetzt um die Schartechnik. Wir gehen mal direkt hinein in die Future. Wir haben nämlich schon mal einen wichtigen Supportbereich angelaufen. Beim DAX haben wir heute schon im Traders Club besprochen, hatte ich dort heute Morgen schon geteilt. Hier im FDAX zu sehen, also im DAX Future zu sehen seit April. Mit der Tageskerze sind wir angekommen am aufwärtsgerend vom August. Zugleich das mittlere Boninger Band. Das Bild hatte ich euch zum Wochenausblick schon gezeigt. Und mit der Tageskerze sind wir genau aufgesetzt. Und dort gab es eben die Gegenwehr. Auch im Kassahandel haben wir dort Unterstützungszonen. Dort sind wir angekommen. Erste Gegenwehr vor der US Opening Bell. Das gilt es natürlich in den Tagesschluss zu halten. Lassen wir hier schöne Hammerkerze stehen. Ist die Chance gegeben, dass wir hier auch eine kleine Erholungsbewegung sehen können. Vielleicht nur als kleines Doppeltopf. Vielleicht nur diese ABC-Bewegung. Da sind wir wieder aus dem Bild aus dem Wochenausblick. Aus dem Wochenausblick, wo wir vor einer vergangenen Woche schon das Bild angeschaut haben. Wo wir hinlaufen. Wo wir eine Unterstützungszone sehen. Dann die Gegenwehr. Und dann doch nochmal die Schwäche in Richtung Ende Oktober. Das ist etwas mein Szenario. Dieses Szenario, das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Und da stehen wir jetzt an einer wichtigen Unterstützungszone. Trübt sich der Tag ein. Fallen wir zurück auf Tagesschlussbasis. Unterhalb hätten wir direkt die weitere Eintrübung. Aber momentan sehen wir eben diese Gegenwehr hier im Shortsbild. Am ersten wichtigen Support. S&P 500 im Future können wir auch kurz hinschauen. Große Cup & Handle-Formation weiterhin aktiv. Ausbruch-Niveau aktiv. Mittleres Bonninger-Band heute auch erreicht. Auf ziemlich flachem Niveau halten wir das Niveau. Bleiben die wohl auch kurzfristig klar im Vorteil. Unterhalb auch hier die Bewegung Richtung Ausbruchzone. Übersetzt zur Kasse Handel 5600 plus steht das noch etwas im Raum. Also hier definitiv nichts angebrannt. Im Gegenteil. Cup & Handle-Formation sogar noch im Hintergrund. Und die hier Kraft ausüben kann. Ähnliches Bild im Dow Jones. Der hat ja auch so ein großes Progening-Top hier aktiv. Oberkante erreicht. Aber noch keine Abwärtsdynamik. Auch hier das mittlere Bonninger-Band. Knabberbereich. Da hängt man dran. Rutschen wir durch. Auch hier könnte die Dynamik etwas am Fahrt aufnehmen. Also DAX, Dow Jones, NASDAQ hier auch noch mal. Sie sind auch am mittleren Bonninger-Band angekommen. Also die Unterstützungsholen, die man heute halten, können die Bullen hier durchaus noch mal zurückkommen. Brechen wir durch. Haben wir direkt die Eintrübung in Richtung der Ausbruchzone. Auch hier beim Dow Jones ist die ja doch etwas offener. Das Szenario habe ich hier so gezeichnet im Kasse Handel. Schauen wir uns aber gleich noch mal im Detail an. Und wir sehen jetzt erstmal die Gegenwehr am mittleren Bonninger-Band. Dort durchbrechen. Und die Ausbruchzone Richtung 19,4 wäre dann im Blickpunkt. Also das ist der Blick zu den Futures. Den aktuellen Futures. DAX, wichtiger Support. US-Indizes untergeordneten Support erreicht. Daher umso spannender, ob jetzt hier Dynamik reinkommt. Ja oder nein. Und da haben wir eben auch die Geopolitik. In der Nacht, die Nächte sind ein bisschen unsicher. Kommt da der Angriff von Israel, der Gegenschlag von Israel auf Iran. Stärker als erwartet. Rot noch mal dann der Angriff vom Iran. Wäre das natürlich ein negativer Aspekt. Und würden dann diesen Support-Bereich direkt per Abwärts-Gap überspringen. Hingegen schwache Reaktionen. Dass dann Iran sagt, okay, lass mal beruhen. Keine weitere Eskalationsspirale. Könnte das der positive Aspekt sein, hier weiter hoch zu laufen. Also diesen Punkt haben wir im Oktober eben auch. Wir gehen mal hinein in den Kassahand. Wir sind mal im Cetra-DAX. Hatte ich ja im Traders Club eben auch schon gepostet. Heute Morgen. Das ist der Wochencluster, den wir auch so einen Wochenausblick besprochen haben. von der 18.9 zur 19.200. Und heute Morgen hatten wir hier im Wochenchart mit der Wochenkerze, die hier zu sehen ist, in diesem ersten Cluster gut abgearbeitet. Dort stehen wir an der Unterstützungszone. Passen zum F-DAX, mit dem mittleren Bollinger Band, mit dem Aufwärts-Trenn. Passt das hier auch gut zusammen. Unterhalb brechen wir, sehen wir ein neues Wochenstief, fallen wir durch. Warum auch immer, irgendeinen Impuls. Und wir hätten doch die erste Eintrübung Richtung 18.7 zum mittleren Bollinger Band an der 18.500. Das aber gerne mit Zwischenschritten. Ein Zwischenschritt ist ja eben denkbar, war ja auch unser Basisszenario. Und da sind wir eben jetzt gerade genau an der Zone, wo dieser Zwischenschritt ansetzen kann. Erste Reaktion ist da, aber Tagesschluss, Basis wird wichtig. Oberhalb der 19.2 hätte man hingegen wieder erste Aufhellung im Bereich der 19.400. Gucken wir kurz mal auf das kleine Bild drauf, was wir uns in der vergangenen Woche schon mehrfach angeschaut haben beim DAX. Die Kappen-Händel-Formation, die hier aktiv ist. Der Ausbruch, rechnerische Ziel von dieser kleinen Formation, erreicht vor zwei Wochen. Und dann nimmt dieser Impuls nach unten. Den hat man auch schon eingezeichnet. Als wir hier unten standen, Gegenwehr zum Wochenauftakt, die da nicht hält, haben wir alles gesehen. Also dieser Impuls, dieser fünffällige Impuls, den wir eingezeichnet haben, könnte vor dem Abschluss stehen und passt eben auch mit der Supportzone. Klar, wenn die Bären jetzt den Druck machen, dies fortführen, wäre das direkt ein gutes Zeichen für die Bären. Aber im Basisszenario ist es eben ein bisschen diese ABC-Bewegung, die sie anbieten. Wenn dieser Impuls fertig ist, lässt man dann hier doch diesen Zwischenschritt sehen. Vielleicht die Hoffnung, falls doch nichts passiert im Nahen Osten. So eine kleine Erleichterungsbewegung. Und dann, ja, ich glaube, der Oktober ist noch nicht fertig, dass man noch mal eine Schwäche tendenkt. Sehen aber im überordneten Bild gerne bloß als ABC, als konsolidierende Bewegung nach unten. Und hier stehen wir jetzt genau mit diesem Impuls, der fertig ist, Chance für die B, die dann gerne auch ein bisschen als Aufwärtstrend oder als steigender Keil daherkommen darf, bis kurz vor dem Wochenabschluss, welche dann gerne wieder bärisch aufgelöst wird. Also das Szenario, was wir jetzt skizziert haben vor einigen Tagen, momentan wird es ziemlich gut abgelaufen, auch mit der 4 und der 5, ziemlich im erwarteten Szenario, kann ja auch noch fortgeführt werden. Es muss ja noch nicht Ende sein, es kann sein, dass es hier noch ein bisschen so ausfädet, immer mit so einer kleinen Bewegung, gut denkbar. Aber die B würde ich hier definitiv nicht abschreiben wollen. Abwärtsdynamik in dieser Zone wäre natürlich ein Warnsignal. Aber momentan eher das Szenario, was wir skizziert haben. Und die Erholungsbewegung, die wir heute gesehen haben, können wir kurz reinschauen. Wir haben das Gap geschlossen, ziemlich punktgenau, wirklich punktgenau geschlossen, was wir heute früh aufgeschlagen haben. Und jetzt haben wir so eine kleine Schwächetendenz. Mal sehen, ob wir hier jetzt doch schon erste bärische Stundenkerze wieder reinsetzen können. Dann wäre es der Hinweis, hier kann man noch ein bisschen weiterlaufen. Wenn wir doch noch ein bisschen hier runterlaufen können, wäre kein Weinbruch. Also mein Szenario, was wir skizziert haben, weiterhin vollkommen intakt. Abwärtsimpuls, Zwischenschritt, gerne als Kai, gerne als bärische Flagge. Und dann haben wir doch noch mal eine weitere Schwächetendenz. Aber das alles übergeordnet hier im Bild als bullisches Szenario. Das ist der DAX, wo wir stehen. Also ziemlich genau nach Szenario geht es dort weiter. Wir gehen mal hinein in den S&P 500. Auch hier das übergeordnete Bild, gerne nochmal gezeigt. Das ist der Monatschart mit dem Bärenmarkt hier. Und dann der Bullenmarkt, den mache ich seit Ende 2022 aktiver. Ja, gute Chance für die Jahresendtrail noch gegeben. Aber so im Hinterkopf, du musst nur als Erwähnung im Hinterkopf behalten, dieser Bullenmarktimpuls könnte vor dem Abschluss stehen. Nicht, dass das heißt, Bullenmarktimpuls vor dem Abschluss, Bullenmarkt vorbei, alles vorbei. Nee, sondern nur, dass dann dieser erste Impuls konsolidiert werden müsste, der dann auch mal deutlich nur noch die 5000 führen kann. Daher könnte man das ja auch konsolidieren. Vielleicht als Bullenflagge, hier ist der Mast, hier ist die Flagge, dann die Auflösung. Hätte aber, wie gesagt, dass der Monatschart jede Kerze einen Monat durchaus Zeit bis Anfang nächsten Jahres. Da passt auch noch eine Jahresendrede im Sinne der 5 hinein, die uns vielleicht zu 6000 beim S&P 500 führen kann, aber muss im Hinterkopf behalten. Ja, die Konsolidierung steht doch mal im Raum. Die steht im Raum, aber gerne eben nach der Jahresendrede. Sind hier, gehen wir noch hinein in den Wochenchart. Ja, 5700, erste umkämpfte Zone, da stehen wir heute auch wieder oberhalb. Unterhalb der Ausbruchzone an der 5630 mittlerweile knapp. Im Blickpunkt feindet dort durch, hätten wir die Eintrübung um weitere 100 Punkte Richtung mittleres Bollinger Band. 5530 Punkte wären das. Dann bleiben wir oberhalb. 5700, 5800, 5830. Da kann man direkt weiterlaufen. Hier ist ja immer noch die bullische Formation aktiv, die man hier auch nochmal sehen kann. Die große Cup and Handle, die wir eben im Future schon gesehen haben, wäre hier weiterhin aktiv. Nicht zurückgelaufen, aber der Rücklauf ist eben doch etwas unser Basisszenario. Gerne auch so, ja, dreiwellig und unterlaufend. Bietet sich auch an, auch wenn wir heute fester daherkommen. Ich schaue mal hoch. Die Vorbörse sind wir doch fest unterwegs. Sogar deutlich über den gestrigen Schlusskurs. Aber gut, das passt ja ein bisschen hinein mit diesen kleinen Tageskarten. Fast alle nebeneinander gesetzt. Das mittlere Bollinger Band läuft an die 5680. Gestern fast erreicht, dass man hier eben auch so stetig nach unten laufen kann. Aber der Rücklauf Richtung 5640, 630. Heute ist es 630 mit dem Aufwärtstrend zugleich vom August, da wo der DAX heute angekommen ist. Dieser Rücklauf so steht ein bisschen im Raum, dass wir den noch testen und dann mal sehen, wie es ja weitergeht. Kommen die Bullen hier bereits mit einer Hammerkerze? Wollen die jetzt aufwärtsdynamik? Ja Mensch, dann kann das schon der Auftakt in die Jahresendrallye sein. Denn wir haben ja immerhin noch eine gute Cup and Handle Formation, die aktiv ist. Die ist aktiv und die hätte rechnerische Ziele jenseits zu 6000. Was mir nicht gefällt und all die regelmäßig dabei sind, die wissen das, dass man hier dieser Ausbruch, ja hier mit Gap, aber dann nur Mini-Tageskarten, immer mal so ein Doji hingebastelt. So richtig überzeugend ist das als Ausbruch nicht. Aber OBAB ist oberhalb. Und von daher wäre es OBAB der 5630 hier alles vollkommen in Ordnung. Brechen wir da durch, hätten wir die erste Eindrücke. Dann wird es auch ernst, weil dann die Cup and Handle Formation zerstört wird. Da kommen auch Verkäufer mit hinein. Der erste Anlauf in Richtung 5530 knapp läuft die 100-Tage-Linie hoch. Wäre dann zu rechnen, darunter müsste man sogar die 200-Tage-Linie hoch. Wofür läuft die überhaupt? Können wir mal einblenden. Ja, da wäre ein bisschen mehr Druck wieder drin. Wäre dieses Fenster sogar offen. Aber da muss man erstmal hinlaufen. Dieser Druck kommt nur auf, wenn wir diese Ausbruchszone doch dynamisch hergeben. Im Idealfall per Abwärtsgap. Alles oberhalb. 5.600, 630. Brennt nichts an. Oberhalb bleiben die Bullen am Ruder. Heute der Bereich am mittleren Bollinger Band wird vermutlich um die 5.690 verlaufen. Erste wichtige Supportzone. Wir gehen auch hinein in den Dow Jones. Hier im Wochenschart noch kurz mal angeschaut. Weiterhin hier immer innerhalb der Formation unterwegs. Oberkante der Formation vergangene Woche wieder gedeckelt an das Bogen 40.400. Bleibt auch in dieser Woche der erste wichtige Widerstandsbereich. Unterhalb der Range 41.800 zu 41.400 aktiv. Wäre auch weiterhin. Der Dow Jones, den kann man, ich wiederhole mich, da etwas klastern. Oberseite spielen, Unterseite spielen, eng absichern und gucken, wie lange das so weitergeht. Immer wieder kaum das Spiel, bis die Formation eben doch mal aufgelöst wird. Aber bis dahin hat man dieses mehrfach mitgespielt. Hier oben hängen wir jetzt etwas fest. Man wartet auf die Signale. Man läuft seitwärts. Aber eben auch innerhalb der Formation. Oberhalb der 42.400 hätten wir hingegen. Aufhellung 42.800, 43.000 wären dann im Blick an. Momentan mehr Mühe. Wir haben zumindest die ersten kleinen Zonen hier von der 42.400 Richtung 41.800 durchlaufen. Darunter, wie gesagt, wird man die ersten 1.000 Punkte kompletieren. Kurzer Blick hier in den Daily hinein, in den Tagesschart. Da sehen wir auch noch mal die Begrenzung, wie wir uns hier lang gemühen. Die Hoffnung ist natürlich etwas, der Bullen, das wird wie ein Bulls, das wird ein Bulls, Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, alles eng. Aber dass wir hier noch weiterlaufen. Aber der Dow Jones, der ist etwas tricky unterwegs hier in der Formation und hat dann gerne auch einige Impulse liegen gelassen. Aber klar, oberhalb des Zwischenhochs die Chance lebt, auch hier zu sehen, mittleres Boninger Band gestern fast punktgenau erreicht. Das ist jetzt der Bereich der 41.800, dort müssen die Bullen drüber bleiben. Die Bären brauchen dort den Bruch. Haben wir den Bruch, dann öffnen wir uns doch Richtung 41.400, dann 41.000. Aber alles oberhalb, die Chance ist ja definitiv noch gegeben. Gerade wenn wir jetzt die 41.8 halten, dann bleiben wir sowieso in der Range von 41.4. Und darüber hätten wir auch das obere Boninger Band, wäre das dann die Zone, mögliche fünfte Welle, sehr verkürzt. Aber das wäre dann so Mindestziel an der 42.800. Dieser Bereich hier am oberen Boninger Band wäre für dieses Szenario Setup, was hier eingezeichnet ist, natürlich nicht sehr förderlich. Das ist ganz klar darauf abgezielt, die Formation, die man das ganze Jahr lang begleitet, deckelnd und auch stützend begleitet, dass die fortgeführt wird. Ja, momentan hängt man sich aber hier mittendrin. Das ist aber das bullische Szenario, 41.8 halten, 42.4, 42.8 wären dann die Chancen durchbrechen. Und wir hätten eben, wie gesagt, die erste kleine Eintrung. Im Idealfall laufen wir das natürlich komplett wieder durch die Formation, dann wäre der Oktober aber wahrlich ein richtiger kleiner Schocktober mit minus 7% wären das vom Hochpunkt. Aber alles ist möglich und momentan würde ich den Dow Jones weiterhin eher im Cluster betrachten. Wir gehen auch in den Nesterk hinein, ähnliches Bild wie beim S&P 500. Hängt auch hier mit der Wochenkerze komplett innerhalb der Vorwochenkerzen. Da brennt einfach nichts an. Erste wichtige Supportzone bleibt der Bereich hier am mittleren Bollinger Band am der 19.400. Oberhalb steht die Range zum alten Gap 20.300. Darüber die Chance des Allzeithochs am oberen Bollinger Bandbereich 20.700 zu attackieren. Also oberhalb der 19.400 brennt hier ebenso nichts an. Erst unterhalb hätten wir so eine erste signifikante Eintrübung Richtung 18.800. Dann im weiteren Verlauf Richtung 18.400 könnte es dann weitergehen. Momentan abworten innerhalb der Vorwochenrange. Da gibt es nicht so viel zu interpretieren. Aber auch hier das Szenario, was wir letzte Woche eingezeichnet haben. Die ABC Richtung Supportzone. Momentan sieht es doch sehr danach aus. Der Zwischenschritt. Jetzt war wieder etwas fester unterwegs. Aber mal gucken, wie wir wirklich reinkommen. Und dann wie der Tagesschluss aussieht, auch hier der Rücklauf analog zum S&P 500 Rücklauf zur Ausbruchzone, zur Supportzone 19.4. Wir haben ja an der 19.350 100-Tage-Linie. Wir haben den Aufwärtstrend von August ebenso im Bereich der 19.400. Die 50-Tage-Linie ebenso in dieser Zone. Also hier verläuft schon einiges an Unterstützung. Diese Zone bietet sich wirklich an für einen Test, im Idealfall erfolgreicher Test, weil anklopfen am Mehrfach-Support und dann dynamisch abdrehen wäre natürlich die Chance, dass wir hier die Sache hier im Kalt direkt weiter durchlaufen und dann doch die 20.700 am Allzeithoch mit nach dem Zwischenschritt auch holen können. Das wäre das bullische Bild. Und diese kleinen ABC, die wir runterlaufen, noch nicht ganz kompliziert haben. Heute deutet sich das an, dass es sich auch nicht tut, aber ich glaube, dieses ist weiterhin möglich und bleibt weiterhin ein wahrscheinliches Szenario. Und hier entscheidet sich dann einfach der nächste Weg. Das ist der Bereich 19.3, 19.400. Oberhalb die Spanne zum mittleren Boninger Band fast geholt. Heute oberhalb der 19.7. Die Bären müssen die 19.7 hergeben. Dann wäre die Tür für diesen Cluster hier Richtung Ausbruchzone, Richtung Supportzone 19.3, 19.4 geöffnet. Auch zum untere Boninger Band kommt auch noch reingelaufen. Also wir haben mehrere Trendlinien, wir haben die 50-Tages-Linie, die 100-Tage-Linie hier, den Aufwärtstrend, das untere Boninger Band, also hier läuft wirklich vieles zusammen, ist eine Mehrfach-Supportzone, die sicherlich einen Test erfahren darf. Und im Sinne der Bären, es gibt viele, viele Bären hier unterwegs, im Sinne der Bären, kommt man dorthin und überspringt es per Abwärtsgepf. Warum auch immer, vielleicht wirklich Nahe Osten, dass man hier so eine schwäche Tendenz hat, überspringt es, am besten diesen Mehrfach-Support per Abwärtsgepf. Das wäre mal eine Einladung dann für die Bären, hier Druck auszuüben, vermutlich Richtung 200-Tage-Linie. Dann könnte sich die Tür dann wieder öffnen, die blenden wir hier gerne mal ein, da ist die 200-Tage-Linie, SMA 200 bei der 18.500. Das wäre dann diese Einladung, dass man dann wirklich mal Druck sieht Richtung 18.500, dann wäre dieser Cluster zumindest aktiv. Aber hier muss man eben durch diesen Subport erstmal durchbrechen, oberhalb dominieren klar die Bullen, oberhalb dominieren die Bullen die Chance Richtung Allzeithoch hier innerhalb der Kalfformation weiter zu laufen. Also hier diese Zone, spannend, könnte man auch ein enges Setup rein, Long Setup rein setzen. Aber der Oktober, ein bisschen tricky, volatil und gerne eben auch etwas mit Abgabedruck. Mal sehen, ob man das jetzt wirklich so klassisch bloß im Support laufen, den jetzt alle im Blick haben und dann doch abdrehen wollen. Also die 200-Tage-Linie, ich würde sie nicht abschreiben wollen. Also heute, erster relevante Bereich, mittleres Bollinger bei 19.700 und dann habe ich die Chance zum Mehrfach-Support knapp 300 Punkte zu laufen. Bruch, erstes Warnsignal, Idealfall sowieso eher so im Gap-Zonen-Bereich. Dreimal hier ab, dynamisch nach oben, gerade am Kombi-Support 19.3, 19.4 im Sinne der Bullen die Chance, das Allzeithoch an der 20.700. Dann klar mit Zwischenschritten, aber hier innerhalb der Formation zu durchlaufen. Nun gut, das soll es eigentlich schon gewesen sein mit dem kurzen Chart-Check. Wir sind am wichtigen Unterstützung. Der DAX ist heute Morgen schon angekommen. Die US-Börsen kommen gleich hinein, stehen an ersten Supports und Zwischensupports und die übergeordneten Supports und gerade S&P, Nasdaq. Die sind eigentlich noch nicht an Reichweite, aber sie deuten sich etwas an. Weiterhin mal ein klares Ziel für den Oktober. Aber kommen wir dort an, reihen wir dort ab. Alles komplett im bullischen Muster. Die Bären brauchen dort eigentlich den Abgabedruck und im Idealfall schon dynamischer Abgabedruck, im besten Fall per Wett-Gap. Das soll es gewesen sein. Eure Meinung ist dann gerne gefragt. Postet es mit in den Kommentarbereich hinein. Lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns hier auf diesem Kanal wieder zum Market-Briefing morgen früh oder zum Chart-Check. Oder ihr kommt direkt mit in den Traders Club, dann verpasst ihr sowieso nichts. Erster Link in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch eine gute US-Opening. Wir sehen uns hier. Bis bald. Macht's gut und ciao.